So, müsst ihr uns wieder schon bewegen. Marius, deinen guck ich mir ganz genau an. Jetzt hab ich alle getroffen, mach mal gucken. Schießt ihr mit Hohansicht oder von oben? Schießt ihr mit Hohansicht oder von oben? Der SBG gemacht hast, das war doch shit, das hast du doch gesehen. SBG ist SBG. Wer fängt an? Wir hatten nichts. Alle aufgeregt. Spannend. Deine schießt jetzt nicht mal. Das macht nicht Sinn. Das war ein totaler Angriff. Die gehen raus, oder? Nee, die gehen raus. Warum deiner Junge? Ja. Ja. Es ist... Gut, Dark. Gut, der Typ. Ach, aber ja. Gibt ja ein bisschen schräg Hans-Dialofen da. Das ist schon... Da sind wir jetzt in der Fall. Also die sind ja schon... Abgewix, ne? Ja. So ne flache Haken. Ah, der Latte. Er schießt. Vielleicht nochmal. Einfach. Ah, schenken Sie die Flur gleich wieder her. Das ist bitter. Ah, Jutta. Ganz mit der Turnierreitung. Und damit alles am Anfang. Es steht eins zu eins. Irgendwann marsch mal ein komplettes Shootout-Turnier. Genau, nur Shootout-Turnier. Hälfte guckst du zu, spielst gar nicht mehr. Sonst... Pfff... Das ist ja auch nur Statist. Böhmer. Nice. Erster Punkt. Jetzt treffen. Da ist der Druck auf Niko da. Mach Niko jetzt, ja? Soll ich, ja? Ja, du warst... Ich fand doch Tom, ne? Tom ist das Nerf. Klatsch. Green, glaub ich. Gelb, gelb, hier. Ja, alle weg da. Auf geht's Niko. Ich will nicht rennen, ey. Nicht so ausdauerisch machen. Niko voll Gas aufs Tor. Boah. Einfach straight drauf. Das wär... Egal, weiter. Aufschreiben, ne? Ich hätte auch die Pro-Kamera wechseln sollen. Der Tor war gar nicht gesehen. Weg da, weg da, weg da. Will doch weg da. Jetzt wird's gefährlich. 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 Boah. Ja, das weiß ich. Nee. Jetzt ist der LMR im Tom? Nee, jetzt ist der LMR im Tom. Nee, jetzt ist der LMR im Tom. Dann mach... Dann spiel ich, äh, schieß ich jetzt mal. Hier ran. Dann jetzt ist der LMR. Wartet mal. Gut verteidigt hier. Ja. Da war es so rund. Äh, Kira... Kies, gleich jetzt absehlt noch schnell. Kies? Auf geht's. Ronald. Boah. Ich wusste nicht, ich kann nicht mal. Ich war früher Torjäger. Ja, ey. St. Louis hier. Schön vor der 60-Meter-Linie. Schön vor der 60-Meter-Linie. Wenn du das immer machst. Einfach ruft da mit LTE. Schön noch. Voll spannend. Zu schnell für sie und versenkt das Ding eiskalt. Jetzt viert der. Hm. Runde vier kommt jetzt. Läuft denn der an, ey? Ja. Aber den ganzen. Ey, das... Die müssen halt auch mit mehreren CPU schießen, ne? Naja. Oh Gott. Okay. Ist das jetzt dran, LM? Ah, okay. Keine Ahnung. Oder wer? Das ist mal richtig, oder? LM? Marios, ruhig dich doch mal. Oh, Marios. Ich hab bisher alle getroffen. Du, es kommt mir jetzt, Adam. Ich bin doch gar nicht an die Gegner, oder? Ah. Ich bin schon nicht unter Druck, hier. Aber die Gegner haben es schon leicht gemacht. Boah, das ist so nervig, dass die ganzen Bots da stehen. Runde fünf, Runde fünf. So, jetzt... Runde fünf. Wer will jetzt? Malz ist mal. Du bist dran. Du bist dran. Der DM. Bitte lass mich hier raus. Geht Malz denn auf IV, oder wo? Orange bin ich. Braun. Orange? Braun, kack, Braun. Nee, hier hat Schokolok heute. Malz steht so auf IV, oder AV? Schöne... LT voll sparen. Was? Wo du stehst? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Oh! 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 Naja. Woll ich nicht so. Hast du je immer gesagt. Aufhauen bin ich. Okay. Scheiße, ich schieße das vorletzte. Jetzt gibt's hier vielleicht die Chance. Und der Bot, der Bot, der Bot, der Bot! Das zieht er ab! Oh, gut gemacht. Und das Tor! LTRT mal vor drücken. Abseitsfalle machen. Dann geh ich weg. Und LTRT drücken, ja. Oh, das ist jetzt Runde 6, ja? Ja. Runde 6. ZTM schießt. Oder... Ich war schon, ne? Schadow. Schadow hinten. Ganz hinten. Nie vor. Ist egal. Irgendwann. Das Schadow schießen. Ich glaub ich war dran, aber egal. Wollt grad sagen. Nein! Ach so, scheiße, ey. Oh, das ist aber schlimm. Geht aber nicht. Ja. Also musst du eins abziehen. Schreibt auf 3, 2 auf den Zettel. So, jetzt kommt Runde 7. Wollen wir noch dran, ey? Ja. Ich glaub wir trollen halt auch mehr, also. Ich hätte einen früher machen müssen. Meils hat auch eben schon getrollt. Oh, what? Oh, what? Das ist ja schnell, ey. Round 7. Oh, der Wahnsinn. 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 Was ist denn das? Nein, dann lass Malz jetzt machen. Malz macht. Ja, wäre es auch schnell gewesen. Ja, aber wie schnell. Naja, aber wir haben jetzt, können wir jetzt noch nachlegen. Die 3. Malz schießt. Und ein rechts grau, glaube ich. Grau. Malz zeigt es uns normal. Komm mal, jetzt ist jetzt jetzt genug. Siri. Die Auszeit. Anstatt der, dass der uns den wiedergibt, ne? Oh, jetzt ist das. Nein, das ist grau. Grau, komm mal von mir. 3 weg. 3 vor der Mauer. Also wir warten noch, bis die rausgelaufen sind alle. Oh. Lass auf dem alten in der Mitte stehen. Jetzt wird's gefährlich. Auf geht's. Jetzt reicht's aber, Junge. Mach den Ball mit voller. Was? Das waren wir so schlecht. Äh. Es steht 3-3 jetzt in der Runde 8. Ja, ja. Die sind jetzt wieder dran. Runde 8. Wer steht da noch hinten? Inke. Du, ja. Dann kannst du das next machen. Schau mal. Jetzt kann man jetzt mal wiederführen. Dann mach ich und dann mach Kobi. Das ist ja genau. Geht da rein! Ich will noch mal ein schönes... Ich will noch was besonderes sehen. Vielleicht von der... Rechts. Von der Eckfahne schießen oder so. Wir haben gleich die erste Halbzeit schon vorbei, ne? Warum ist das immer nicht geschafft? Da gewinnt er den Zweikampf! Ja, komm, mach den. Damit er das next in Rainbow machen kann. Er setzt sich durch und... Ja, okay. Schade. Mir ist es egal, wie das ausgeht. Gerade von Rainbow. Da könnte was draus werden. Und jetzt ein Schuss! Und den hält er fest, gut gemacht! Wie konnte er den halten? Wenn ich da mit dem Rainbow fail, ne, dann ist das total... Was machen die denn? Die wissen nicht, wer dran ist. Die sind... Jetzt kommt er hier. Oh egal. War ein Maradona. Jetzt gibt's hier vielleicht die Chance! Da zieht er ab! Boah, der war stark. Auf geht's, Beuys! Auf geht's, Beuys! Wir spielen jetzt gerade 4-3, wir können nachlegen. Wir können eigentlich nicht nachlegen. Wir haben auch angekommen. Wir haben auch angekommen. Ja, Orange. Ich will nicht halt so komplett durch... Oh, ne, ne, ne. Erzählt nicht. Boah, ein bisschen mehr Anlauf, weißt du. Spielen wir den nachher so. Er ist frei, da kann was draus werden! Das ist schon nicht dein Ernst. Wo machst du denn nicht rein? Das Problem war, ich konnte halt keinen Nachdruck machen, weil der hätte nicht gezählt, weißt du? Dann lass ihn doch reinhaufen. Ja, aber ich hab mir die ganze Zeit LTR gedrückt. Ich konnte halt nicht machen. Nein! Ich konnte halt nix machen, deswegen... Das ist doch so n Trick, das ist doch kein Schuss gewesen. Jetzt sollen wir rein schießen. What the fuck, ey. Oh mein Gott. Also Miles, du bist definitiv abgelöst. Der Pott geht an Leroy. Ist doch vorbei. Ist doch vorbei, die führen so 4-3. Oder ist es vorbei? Zwei Schuze haben wir noch. Einmal Marco und ein Mal Torwart. Du musst jetzt halten. Ja, halten wir jetzt. Egal. Aber die sind interessant. Ey, ich hab vergessen auf Video zu gucken. Irgendeiner von denen. Oh man. Oh hei. Das war... Wollte was besonderes sehen. War besonders auf jeden Fall. Der war schon. Ja, der war schon drin. Ich hab's halt wieder schwach gemacht. Boah, die sind aber gut. Jetzt ist Druck da. Das war's, oder? Tobi kann jetzt, ne? Der muss treffen. Das war's. Powerwart, Powerwart Tobi. Ja, stimmt. Das war's. Das war's. Oh, das war's. Jetzt ist aber vorbei. Aber lass uns trotzdem noch den Powerwart schießen. Lass trotzdem den Torhüter schießen. Also erstmal die nochmal und dann Powerwart. Und alle mal durch haben. Ey, Wahnsinn ey. Kann ich mich so ärgern. Unwiderstehlich wäre... Jiloi, lass mal Sprintduell machen. Warte, wo denn? Warte, wo denn? Ja, ich bin bei dir. Warte. Na warte. Halt den, halt den, halt den. Warte. Weiß. Drei. Zwei. Alles los. Boah, war das dran. Lass uns von oben nach unten. Komm zu mir, komm zu mir. Wo denn? Wo bist du denn? Oben, oben, ganz oben. Da sehen wir uns. Ey, Mann. Oh, warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Auf die Plätze. Warte, warte. Lade, los. Das sind doch keine schlechte Idee, das mal zu versuchen. Hey. Alles dichten. Okay, wir zurück. Wir zurück. Oh, los. Zurück. Ne, das war's schon. Ne, das war's schon jetzt schon. Lade, zu unserem Tor laufen. Alle fertig. Warte, warte, warte. Hier komm auf die Linie. Ne, nach rechts. Ne, das war's schon, ne. Drei, zwei, oh man, ey. Ja, ist vorbei, ne? Ich komm hoch, ich komm hoch, ich komm hoch. Okay. Ja, wir stehen. Drei, zwei, eins, go! Ey, wo bist du so schnell? Die kleine...